Du bist nicht allein. Irgendwo ist auch für dich eine Stelle. Ein Heimatschulbesuch wird häufig vor allem bei an krebserkrankten Schülerinnen und Schülern nach einem längeren stationären Aufenthalt durchgeführt, um deren soziale Integration in ihre Klasse zu unterstützen. Er kann zu Beginn, während der klinischen Behandlung oder vor der Rückkehr in die Herkunftsschule stattfinden. Bei einem Heimatschulbesuch gehen eine Kliniklehrkraft oder eine Ärztin oder ein Arzt mit den erkrankten Schülerinnen und Schülern gemeinsam in deren Klassen. Sie versuchen, die Mitschülerinnen und Mitschüler für das Thema Gesundheit und Krankheit zu sensibilisieren und gegenseitige Unsicherheiten und Ängste abzubauen. Außerdem klären sie altersgerecht über die Erkrankung der betroffenen Schülerin oder des betroffenen Schülers auf und informieren über die eventuell notwendigen Hilfestellungen im Schulalltag. Im Anschluss an einen Heimatschulbesuch findet meist ein Informationsgespräch mit dem Lehrerkollegium statt, in dem das Krankheitsbild, die Situation der erkrankten Schülerin oder des erkrankten Schülers, die krankheitsbezogenen Implikationen für den Schulalltag und für außerunterrichtliche schulische Aktivitäten erörtert werden können. In jedem Einzelfall muss abgewogen werden, ob ein Heimatschulbesuch angemessen und notwendig ist, um einen unterstützenden Umgang der Mitschülerinnen und Mitschüler mit der erkrankten Schülerin oder dem erkrankten Schüler zu gewährleisten. So kann es auch kontraindiziert sein und stigmatisierend wirken, die Schülerin oder den Schüler mit seiner Erkrankung und seinen Erfahrungen in den Mittelpunkt zu stellen. Dann sollte stattdessen nur allgemein über die Erkrankung gesprochen werden. Im Falle einer Stigmatisierung oder Ausgrenzung einer erkrankten Schülerin oder eines erkrankten Schülers vor dem Klinikaufenthalt sollte geschaut werden, ob diese auf die Krankheit zurückzuführen ist. Wenn eine Ausgrenzung schon vor der Erkrankung stattfand, besteht die Gefahr, dass ein Heimatschulbesuch die sozialen Probleme noch verschärfen könnte. Die Entscheidung für oder gegen einen Heimatschulbesuch sollte immer von Fall zu Fall getroffen und von der Gesamtatmosphäre in der Klasse abhängig gemacht werden. Dem Willen der Schülerin oder des Schülers sowie der Eltern ist dabei unbedingt Rechnung zu tragen. Bei einem Heimatschulbesuch können folgende Themen aufgegriffen werden. Die Erkrankung, der Klinikalltag, die Situation in der Klasse, notwendige Hilfen oder ein Nachteilsausgleich. Vor der Durchführung eines Heimatschulbesuchs sollte auch gemeinsam überlegt werden, welche Inhalte in welcher Form thematisiert werden sollen. Falls es Themen gibt, über die die erkrankte Schülerin oder der erkrankte Schüler nicht sprechen möchte, sollte zwischen der Kliniklehrkraft und der betroffenen Lehrkraft an der Herkunftsschule ein Austausch und eine Abstimmung darüber erfolgen, wie man am besten sicherstellen kann, dass dieser Wunsch berücksichtigt wird.